Willkommen zurück zu Star Wars Episode 3, die Rache der Sith. Habe ich das überhaupt schon mal gesagt? Die Rache der Sith? Glaubt nicht, ne? Dann wird es ja mal Zeit. Ja, im letzten Part haben wir den Kanzler befreit und wollen jetzt mit dem fliegen. Jetzt haben sie uns aber gefangen genommen. Und ich glaube, jetzt werden wir vorgeführt zu General Sivis, oder wie heißt er noch? Wir werden sehen. Also, los geht's. Nicht groß rumlabern, zocken. Na, den meinte ich. Grievous. Jetzt kommen, glaube ich, wieder etwas stärkere Gegner. Mal hier ein bisschen was kaputt machen. Vielleicht gibt es ja hier noch ein Geheimnis irgendwo. Ah, einen habe ich jetzt endlich mal. Komm her. So. Oh ja, das haben die auch noch. Die sind aber auch schlecht zu erledigen, muss ich sagen. Was war das gerade? Oh, da drüben rennt der. Der andere. Und die können sogar weiterlaufen, wenn sie... Ah, jetzt konnte ich mich hier gar nicht richtig umschauen. Mist. Na, egal. Oh, oh. Das ist eine interessante Perspektive. Das hoffentlich hält das Glas. Dampter. Die mag ich auch nicht. Die blocken immer ohne Ende. Oh, aber ich habe ja jetzt stärkere Macht, habe ich ganz vergessen. Verdammt. Und sorry, wenn ich hier wenigst rede. Aber ihr seht das selber. Oh, ich glaube, ich sollte mir mal ein bisschen Heilung verpassen. Oh, wie nett, dass sie warten. Oh, ich glaube, das Glas zerbricht gleich, wenn wir uns nicht beeilen. Oh, ich glaube, das Glas wurde immer mehr, äh, dingsbrüchig. Oh, ich glaube, das ging gerade so gut. Oh, ich glaube, das ging gerade so gut. Oh, oi, oi, oi. Sieht ja gar nicht gut aus. Auf dem Kopf. Oh, ich habe hier noch kein Geheimnis gefunden. Hier muss es doch ein paar Geheimnisse geben. Ah, wieder diese hier. Ich mag die nicht. Die mag ich auch nicht. So. Hier kann man rumlaufen. Oh, ein Geheimnis. Jetzt lass dich doch mal. Blöde Sau. Boah, wie ich das hasse, wenn man... Man schlägt auf die... Ich glaube, mehr wie ein Geheimnis wird es hier nicht geben. Ah, hier kann man nicht weiter. Okay. Gegen wen kämpft er dann noch? Wir haben doch nicht erwartet, uns schlafen zu können, oder? So. Da oben. Da oben läuft der General. Ich glaube, bei denen muss man nur lange genug draufhauen. Dann geht das schon. Weil wenn in der Mitte die Lichter immer heller wird, dann war es das mit denen. Oh, jetzt glaube ich, ist der... Oh, nee, doch nicht. Der verpisst sich. Aber den kriegen wir auch schon noch. Stimmt, war ja im Firmen auch so. War es das jetzt schon wieder? Ja, tatsächlich. Ja, gut. Dann ist es ein etwas kürzerer Part wieder mal. Oh, einmal meisterhaft. Ja, und ein Geheimnis haben wir vergessen. So wie es aussieht. So, wir waren dabei. Den hier. Halt. So, dann wollte ich eigentlich im zweiten Sprungangriff. Dann mache ich doch erst mal kritischen Angriff das nächste Mal. Äh. So. So, dann geht es das nächste Mal weiter mit, äh, die, uh, utapai, utapai, kann ich ja nicht aussprechen. Okay, irgend so eine Dings, äh, Untersuchung. Und, ja, dann sage ich mal, tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Star Wars Episode 3. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.